Willkommen! Lassen Sie uns über das effektivste Vitamin zur Linderung von Arthritis bzw. Gelenkentzündungen sprechen und hier meine ich nicht Vitamin D. Vitamin D ist großartig, jedoch gibt es etwas anderes, das faszinierende Resultate zeigt. Ich habe dieses Vitamin entdeckt, ohne es bewusst gesucht zu haben. Eines Tages beschloss ich dieses Vitamin einzunehmen, nachdem ich eingeschlafen war und am nächsten Morgen aufwachte, bemerkte ich plötzlich, dass ich nicht mehr so steif war wie gewöhnlich. Es fühlte sich an, als hätte jemand meine Gelenke mit einer effektiven Lösung behandelt, die meine Beweglichkeit verbesserte. Ich fragte mich, warum ich mich so viel beweglicher fühlte und dann fiel mir ein, dass ich das Vitamin am Tag zuvor eingenommen hatte. Bei Arthritis treten Entzündungen, der Abbau von Knorpel, Verschleißerscheinungen und Schmerzen auf. Viele Menschen greifen zu entzündungshemmenden Medikamenten, um die Entzündung zu lindern. Allerdings bergen diese Medikamente Risiken wie Magendarmblutungen, Geschwüre und andere Komplikationen. Wenn Sie Steroide einnehmen, besteht die Nebenwirkung darin, dass Sie Ihre Gelenke schädigen und Ihr Immunsystem schwächen können. Gibt es eine Substanz, die man einnehmen kann, ohne solche negativen Auswirkungen zu haben? Die Antwort ist ja, und zwar speziell in den Mitochondrien. Dort gibt es eine Vorstufe zu einem Molekül namens Nikotinamidaden in die Nukleotid, kurz NAD. NAD ist gewissermaßen ein Hilfsmolekül für die Umwandlung von Nahrung in Energie, ähnlich wie Adenos in Triphosphat, kurz ATP. Wir reden über Chemie und wie man diese Dinge namens Elektronen bewegt, die praktisch nutzlos sind, bis man sie in eine spezielle Energieform umwandelt. Das ist genau das, worin NAD hilft. Diese Konzepte sind mit über 400 verschiedenen Genen verbunden, daher ist NAD ein äußerst wichtiges Molekül. Lassen Sie mich zunächst darüber sprechen, was passiert, wenn ein Mangel an NAD auftritt. Erstens, die Reparatur von Kollagen wird beeinträchtigt. Zweitens, es kommt zu Entzündungen im Körper. Drittens, sie werden an Energie mangeln und sich müde fühlen. Viertens, Muskelbeschwerden, Muskelschwäche und sogar Muskelabbau können auftreten. Und fünftens können Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, Alzheimer und sogar Krebs auftreten. Des Weiteren altern sie schneller als üblich, da ohne ausreichende DNA-Reparatur der Alterungsprozess beschleunigt wird. Und schließlich führt ein Mangel an NAD zu einem geschwächten Immunsystem. Aspirin wirkt auf einen Teil ihrer Zellen, der bei der Herstellung von Proteine und bestimmten Fettarten hilft. Das Vitamin, das ich gleich enthüllen werde, hat eine ähnliche Wirkung wie Aspirin, aber ohne Nebenwirkungen. Es hilft den Stress in einem Teil ihrer Zellen zu reduzieren, was ich finde höchst interessant ist. Das Vitamin, von dem ich spreche, ist Vitamin B3, auch bekannt als Niazimanid. Es gibt zwei Versionen von B3, Niazin und Niazimanid. Niazin ist besonders gut für Lipide und Cholesterin, während Niazimanid eher auf Entzündungen, Arthritis und viele andere Dinge abzielt. Hier ist ein möglicher Vorschlag zur Einnahme, Sie könnten erwägen, kleinere Mengen über den Tag verteilt einzunehmen. Zum Beispiel könnten Sie 100 bis 150 Milligramm drei bis sechsmal täglich einnehmen, je nach Schweregrad Ihrer Arthritis. Mit anderen Worten, die Einnahme von Niazinamid über den Tag hinweg trägt dazu bei, dass Ihre Biochemie wesentlich besser funktioniert, trotz des Vorhandenseins dieser genetischen Probleme, die als Polymorphismen bezeichnet werden. Ein paar weitere Punkte dazu, stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Protein zu sich nehmen, damit das Vitamin effektiv wirken kann, da Protein ein wichtiger Baustein für die Reparatur der Gelenke ist. Vermeiden Sie zudem den Konsum von Alkohol. Möglicherweise wissen Sie das nicht, aber Tryptophan kann auch in Vitamin B3 umgewandelt werden, jedoch ist diese Umwandlungseffizienz nicht besonders hoch. Es braucht etwa 60 mal so viel Tryptophan, um eine Einheit Vitamin B3 zu produzieren. Oftmals kommt es aufgrund von Problemen in der Ernährung nicht zu dieser Umwandlung, insbesondere wenn Sie viel Mais konsumieren, da dies die Umwandlung von Tryptophan blockieren kann. Zudem kann ein Mangel an Vitamin B3 leicht auftreten, wenn Sie viel Junkfood und ähnliches essen. Unter all den verschiedenen Dingen, die ich ausprobiert habe, und ich sage nicht, dass Sie andere Dinge wie Vitamin D nicht nehmen sollten, finde ich dieses Niacinamid faszinierend. Am Anfang empfehle ich nicht, es direkt vor dem Schlafengehen einzunehmen. Vielleicht möchten Sie sich langsam daran geböhnen und es eher tagsüber einnehmen. Einige Leute berichten, dass es Ihnen beim Einschlafen hilft und es könnte sogar dabei helfen, Ihnen Energie zum Trainieren zu geben. Aber mir geht es vor allem darum, dieses natürliche Heilmittel für Gelenkentzündungen zu betonen. Wenn Sie unter Gelenkentzündungen leiden, ist es wirklich toll, eine ungiftige, wirksame und kostengünstige Option zu haben. Eine Möglichkeit, Ihre Ernährung mit Vitamin B3 zu ergänzen, besteht darin, Lebensmittel zu konsumieren, die reich an diesem wichtigen Nährstoff sind. Dazu gehören proteinreiche Lebensmittel wie Huhn, Fisch, Nüsse und Samen. Wenn Sie Fleisch konsumieren, ist es wichtig, auf Qualität und Herkunft zu achten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige Nahrungsmittel erhalten, die frei von Zusatzstoffen und Antibiotika sind. Eine weitere ausgezeichnete Quelle für Vitamin B3 ist Nährhefe, die besonders reich an B-Vitaminen ist und häufig von Veganern als Nährstoffquelle verwendet wird. Alternativ können Sie auch Nahrungsergänzungsmittel in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass Sie Ihren täglichen Bedarf an Vitamin B3 decken, insbesondere wenn Sie nicht genug über die Ernährung aufnehmen können. Wir hoffen, dass Ihnen unser heutiges Video über die wichtige Rolle von Vitamin B3 bei der Behandlung von Gelenkentzündungen gefallen hat. Vitamin B3, auch bekannt als Niacinamid, spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit unserer Gelenke, indem es Entzündungen reduziert und Schmerzen lindert. Es ist eine natürliche und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensqualität bei Gelenkproblemen zu verbessern. Wir ermutigen Sie, Vitamin B3 in Ihre tägliche Routine zu integrieren und die positiven Auswirkungen selbst zu erleben. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere nützliche Gesundheitsinformationen zu erhalten. Liken Sie das Video, wenn es Ihnen gefallen hat und teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen gerne in den Kommentaren. Ihre Meinung ist uns wichtig. Bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal.